Willkommen zu Nirgendem Spielt. Ich muss hier wieder neu anfangen. Ja, der sagt mir aber jetzt hier sind Feinde in der Nier. Das hat er jetzt gemacht, aber ich kann hier nicht... Ich muss jetzt erst mal ein Stück weit laufen. Jetzt kommt nämlich hier wieder das, was wir schon hatten. Zum Master wissen, was passiert ist. Dann fragen wir wieder beide. Das habe ich nicht. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Dann muss ich gegen beide kämpfen. Das hat aber eigentlich eben funktioniert. Das kann ich hier nicht einfach warten. Das muss ich nicht gegenwärtig umgehauen haben. Das ist gut. Tear sie auf! Let's strike is one! Oh! Okay, sind alle gegenseitig umgehauen. Wir nehmen alles mit. Wir lassen erst mal die billigen Sachen fallen. Das brauche ich. Hier noch. So. So. Nein! Da. Der will da irgendwo rum gehen. Dann muss ich halt hier. Da sind noch mehr. Ja. 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 Da geht's. Ja! 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 Nehmen wir da alles mit. Sind wir da zu schwer. Haben wir da nach Wert sortiert. Die ganzen Dolche lassen wir da fallen. Speer auch. Was haben wir hier? Die kann ich erst mal wieder behalten. Gehen wir mal wieder hier entlang. Dann kommen hier gleich die nächsten Kämpfe. Oder kann ich jetzt hier ein Camp machen? Ich kann hier ein Camp machen. Hervorragend. Jetzt machen wir etwas ganz erschreckendes. Wir speichern bevor wir das Camp machen. Wir werden glücklich sein. Oh. Jetzt bin ich wieder überladen. So. Dann müssen wir hier Pettet Armor überfallen lassen. Der wiegt da nicht viel. Jeder würde es tun als ich überfallen. So. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Campen. Wir verlieren mal ein gutes Kampf. Ich will jemanden so schwer wenn meine Fische ausdenken. So, jetzt geht's allen wieder super. Und in due time. So, jetzt geht's los. Die laufen alle weg. Ah ne, das ist nur, wo ist ein Winzy, das ist nur Miri, die noch gefeiert ist. Dann habe ich sie gleich alle. Ja, dann gucken wir wieder was sie bei sich haben, nehmen alles mit, ah, und muss sogar diesmal nichts mit lassen. Hier gehts drauf. Was ist das? Radieschen. Zeigen wir mal nach dem Radieschen. Ich hab sogar ein Paradieschen bekommen. Da gehts aber nicht weiter. Wie viel Achtepoints, das sollte zu schaffen sein. Ja, das war so gut. Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Was ist das? Oh, was ist da? Ah, ein Bericht von einem Labor. Da machen wir alles mit. Das schüttet schon. Das schüttet schon. Das schüttet schon. Das schüttet schon. Ach du Schande, wie lange ist denn das? Das schüttet schon. Das schüttet schon. Die hat den Elf in dieses komische Monster verwandelt. Na klasse. Das ist das Monster. Ja, aber was will ich jetzt machen? Ich müsste vielleicht die Hütte finden. Ich müsste vielleicht die Hütte finden, dass ich da eine Möglichkeit finde, sie wieder zurück zu verwandeln. Zwei Elfe mit 13 E-Points. Die lasse ich besser mal in Ruhe. Das liegt da. Noch eine Münze. Jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Oh. Wo habe ich denn jetzt hier was gesehen? Da 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 geht es aber nicht weiter Da geht es raus Da ist wieder Wölfe Da sind auch wieder Wölfe Wir nehmen erst mal aus dem Weg Ich vermute aber da geht es rein Wir gucken erst mal weiter Da sind jetzt drei von denen Da sind ganz viele von denen Das war es einfach Das war's wirklich Das war's wirklich Das war's wirklich Das war's wirklich Ich bin jetzt Ich bin jetzt oh ich habe noch 1000 Füßler erwischt noch einen wo kommen die ganzen 1000 Füßler denn her ok das fallen lassen die ganzen Dolche kann ich fallen lassen na den einen noch dann kann das wieder so dann gucken wir mal hier weiter mal dass da nicht noch mehr 1000 Füßler kommen ups eine Falle da komme ich irgendwie raus also noch mehr ja hilft aber nichts da hin da hin da hin da hin da hin da hin jetzt so so dann nehmen wir wieder alles mit sehr geht's oh da ist noch eine Kiste jetzt sind wir wieder zu schwer da was ist das da da sind die Wölfe kann ich jetzt von oben schießen das 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 stellen wir uns mal hier auf jetzt sind wir gespannt ob die Wölfe tatsächlich durch dieses dinge hier durch kommen oder ob sie es schon wieder erledigt hat hat sich schon wieder erledigt und hier geht es auch dann weiter und da müsste der Tattoo Schiller tun sein das Zeug lassen wir da liegen so dann mal gucklen Ja, mag ich das. Do you wish it? Okay, Hauptschaft. Was ist da? Wir gehen mal hier weiter. Jetzt mit der Fackel und dem, was man dann sieht oder nicht sieht, ist schon gut gemacht. Okay, jetzt haben wir hier noch Mainz. Our victory is certain. Die da hin. Die da hin. Die da hin. Ich werde das mal zu machen. Ich werde das mal zu machen. Ich sollte das mal erst mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aborto! Du wirst mich nicht töten! Aborto! Ich werde immer überleben! Ja! Ich werde immer überleben! 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 Männchen! Das letzte, Gefühl! Und das war nicht Teil des Plans! Ansonsten! Begegeben! Ich hätte irgendwie den Priest-Easter ausschalten müssen. Na, der hat 36 Hit-Points, das schaffe ich nicht. Vorbeigeschlagen. Was ist denn noch? Oh, vorbeigehen. Ich hoffe, das ist nicht der Save vor dem Camp, sondern der Save vor dem in den Baum gehen. Ja. Ok. So, dann gehen wir mal den Raster hier rum. Was für Gorum? Da sind jetzt... Hier geht der Krogi. 40 Hit-Points! حugierenden Raster DAS DAS WON'T KILT ME OR DAS 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 Alright. Puh! Geschafft. So. Das habe ich geschafft. Jetzt bin ich wieder überladen. Solche kann ich wegwerfen. Den Speer. Das brauche ich mit Sicherheit noch. Kurzschwerter werfen wir weg. Das warten wir weg. Noch ein Kurzschwert. Noch ein Kurzschwert. Die Rüstung. Dabei lassen wir es erst mal. Jetzt kann ich mal gucken, ob... ... ... ... ... ... ... ... ... Jetzt geht es einigermaßen wieder gut. Interessant. Da ist was zum Aufmachen. Da geht es auch weiter. Was ist das Ding? Ach du Schande. Die sind ja riesig. Dann speichern wir nochmal. Und dann gucken wir es erstmal hier weiter. Da geht es nicht weiter. Bei einem ... ... ... ... ... Da haben wir jetzt... Oh, ganz viele. So, jetzt bin ich gespannt. Spellbook. Für Sleep habe ich keinen mehr. Ich versuche aber nicht, ob ich müssen auf den Priest. Das auf den Priest. Und... Ist hier noch irgendwas? Nehmen wir das noch an. Ja. Biest habe ich gleich. Ich habe keinen Cure Light Booms mehr. Na komm schon, Miri. Einen Schlaf noch. Hab ich. Super. Super. Na komm schon. Not dead yet. This was not part of the plan. This is where I stand. Na komm schon. Na komm schon. Hab ich es geschafft. Puh. Jetzt müssen wir wieder gucken, was wir alles wegwerfen. Den Dolch. Ich muss sicher. Das brauche ich mit Sicherheit noch. Die Lederrüstung. Die Fellrüstung. Und dann haben wir es. Und dann haben wir es. Das ist die Frage, kann ich hier ein Camp aufschlagen. Kann ich. Wir speichern nochmal. Und schlagen jetzt hier erstmal ein Camp auf. Und dann können wir es. Und dann können wir es. Okay. So. So, hier drinnen kann ich einmal, ich muss gucken, dass ich irgendwoher noch Nationen pliege. Any last wishes? Das war's. Ja. Aber hier bleibt nichts anderes übrig. Ich muss hier lasten und das muss mal funktionieren. Amiri, bist du nicht kalt, dass du diese Hüten weißt? Sie kümmern fast nichts. Hm, ist es immer kalt hier? Du könntest nachvollziehen, mit deinen Hüten schlafen. Meine Hütenland? Das ist, wo es kalt ist. Spit freezes, bevor es auf den Boden schlägt. Na klar so. Viel besser geht's mir nicht. Was hat der noch bei sich gehabt? So. 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 Mehr kann ich momentan aber nicht tun. Das blöde ist, ich habe auch keine Nationen mehr. Ich müsste im Prinzip draußen nochmal campen. Ich habe immer alle gekriegt. Auch relativ einfach. Das war jetzt alles nicht weiter schlimm. Und da "... alle mit dem Plan!" ... ist ja alle imautiert. Ja, hier ist 더 Изmatt ned ... C'mon wir die Ecke köptern? Ich brauche Inspiration. ... Unter하는garten... Das wird schmerzen. Da ist noch... Oh, ist das ein Priest? Das ist... Oh! Das war's dann mal wieder. Das war's dann. Do you survive? I always survive. I always survive. Calm down, not dead yet. Avenge me. Avenge me. Dann laden wir mal wieder das Autosave und überlegen uns dann was wir hier tun. Nochmal ein Camp machen, hier ist nicht, also versuche ich erstmal raus zu gehen und gucken, ob ich da ein Camp mache. All according to plan. So sieht jetzt hier aus mit Camp. Ich habe jetzt die Kopf wieder vergessen. Ich werde mal gucken. Vielleicht noch irgendwie eine bessere Waffe, habe ich das vielleicht übersehen. Das ist nicht viel besser, das hilft mir auch nicht viel. Das ist nicht viel besser, das ist nicht viel besser. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Camp hier draußen. Das ist nicht viel besser, das ist nicht viel besser. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen besser aus. Das ist nicht viel besser. hier irgendwie aktuell nicht, halt alle, dann gehen wir mal weiter gehen und dann gucken wir mal in der Zeitung So. Dann haben wir die alle erledigt. Da liegt was. Mütze. So. Und dann müssen wir uns hier so aufstellen, dass wir nicht auseinandergezogen werden. Und vorsichtshalber sollten Valerie auch noch irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich noch einen Krank habe. Oder... Was sieht damit schlecht aus? So. Oh? So... So... Ich will immer überleben. Du kannst nicht, Kulta! Ich will immer überleben. Ich will immer überleben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, das hat dann wohl nicht funktioniert. So, noch ein Versuch. Nicht mit Miri vorlaufen, sondern... ...etwas geschickter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da hin. Das? Was? Auf, da drauf. Oh, Gott. Ich weiß nicht. 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 Mew, ist Lindsay tot? Gut, dann muss ich hier das... ...wohl anders versuchen.